So Leute, im gestrigen Video haben wir uns darüber unterhalten, dass morgen am Dienstag eine große Bewegung stattfinden könnte. Falls ihr das hier also heute am Montag anschaut, dann solltet ihr auf alle Fälle dranbleiben. Nicht nur das, sondern wir haben noch eine Menge weiterer wichtige Sachen, die diese Woche stattfinden werden. Deshalb nochmal, falls ihr am Kryptomarkt investiert seid, dann wollt ihr dieses Video auf gar keinen Fall verpassen. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, dann würde ich sagen, lasst uns jetzt auch direkt mal mit Bitcoin starten. Was wir hier für Bitcoin sehen können, ist, dass wir es tatsächlich mittlerweile geschafft haben, über die orangene Box auszubrechen. Wir haben es also nicht nur geschafft, einmal über die orangene Box auszubrechen, sondern zusätzlich dazu noch über die rote Linie am Rand der orangene Box bei 30.000 und dann noch über die orangene Linie bei 30.670. In diesem Moment können wir also definitiv eine gewisse bullische Bewegung am Markt ausmachen. Die Frage ist jetzt natürlich einfach, ob wir dieser Rallye trauen können. Eine Sache, die ich zunächst einmal gerne sehen würde, ist, dass wir dieses High rausnehmen. Und wie ich auch in letzter Zeit immer wieder gesagt habe, ich persönlich habe es jetzt nicht unbedingt eilig zu glauben, dass wir fast wieder auf 45.000 oder 50.000 Dollar steigen werden. Ich glaube eher, dass wir noch ein bisschen weiter seitwärts trennen. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass wir entweder bereits den Boden erreicht haben oder dass wir ihn in diesem Bereich irgendwo finden werden. In Anbetracht dessen würde es mich jetzt also auch überhaupt nicht wundern oder es würde mir keine Sorgen machen, wenn wir eine impulsive Bewegung nach oben haben und dann irgendwann wieder zurück auf die 30.000 Dollar Marke fallen. Weil so ganz allgemein, um ehrlich zu sein, ich glaube, genau das werden wir in den nächsten paar Monaten immer wieder mal sehen. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass wir eine wirklich richtig, richtig große Bewegung nach oben haben werden, bevor wir mehr Klarheit über die Zinserhöhung haben, bevor wir mehr Klarheiten darüber haben, wie sich die Probleme mit der Lieferkette lösen lassen und so weiter und so weiter. Solange diese Probleme weiter bestehen, glaube ich, dass wir weiter seitwärts laufen. Auf dem Weekly Timeframe, technisch gesehen, sieht jetzt auf jeden Fall immer noch alles danach aus, als ob wir in der Nähe eines Bodens sind, als ob wir den Boden bereits erreicht haben oder ob es noch einen weiteren letzten Rückgang geben könnte, bevor wir dann zu guter Letzt einen Boden finden werden. Auf dem RSI beim Weekly Chart können wir sehen, dass wir uns jetzt immer noch hier an dieser Unterstützung befinden. Das ist also schon einmal ein Tiefpunkt für Bitcoin in der Vergangenheit gewesen, an dieser Stelle hier, an dieser und möglicherweise jetzt auch genau an dieser Stelle. Wir müssen mal schauen. Auf jeden Fall haben wir es jetzt schon einmal geschafft, eine grüne Wochenkerze für Bitcoin zu schließen, was ja an sich genommen schon mal eine gute Sache ist. Zusätzlich dazu beim S&P 500 kann man jetzt sehen, dass die Märkte auch ein wenig grün geöffnet haben, was natürlich auch wiederum dem Bitcoin-Kurs ein wenig hilft. Jetzt lasst uns mal über einige der wichtigsten Ereignisse sprechen, die in dieser Woche noch stattfinden werden. Das Erste ist, dass wir morgen dieses Cynthia-Lumis-Gesetz haben, was vorgestellt werden soll und das Ganze kann einen massiven Effekt auf den Kryptomarkt haben. Falls ihr wissen möchtet, warum das so ist, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mein Video von gestern anschauen. Da habe ich noch einmal im Detail darüber gesprochen. Für das Erste versteht einfach, dass wenn das Ganze wirklich so durchgehen sollte, dann wäre es gut für Bitcoin, nicht ganz so gut für Altcoins. Wir behalten das Ganze also im Auge und nicht nur das, sondern wir haben dann auch noch die Europäische Zentralbank, die ihre Zinsentscheidung am 9. Juni bekannt geben wird, was ja gerade einmal in drei Tagen ist. Außerdem dazu am 10. Juni, dann werden wir noch die CPI-Daten aus den Vereinigten Staaten haben und auch aus China. Wir werden also nächste Woche sehen, ob die Inflation wirklich anfängt wieder zu sinken oder nicht, was natürlich massive Auswirkungen auf einmal die Kryptomärkte und auch die traditionellen Märkte haben wird. Wir behalten das Ganze im Auge. Das Ganze wird uns mehr Klarheit darüber verschaffen, was jetzt als nächstes am Kryptomarkt passieren könnte. Eine weitere Sache, die man noch sehen kann, ist, dass wir eine ziemlich coole kleine Fraktale am Weekly Chart haben. Was man hier jetzt auf jeden Fall sehen kann, das ist, ich glaube, das müsste Bitcoin im Jahr 2015 sein. Auf jeden Fall kann man jetzt hier sehen, dass wir zunächst nach unten gegangen sind. Auf den 50er-Wochen immer getroffen sind die gelbe Linie. Wir haben dort Unterstützung gefunden, hatten eine impulsive Bewegung nach oben, bevor wir dann zurück durch den 50er-Wochen-Emer durchgebrochen sind, nach unten gegangen sind, den 200er-Wochen-Emer getroffen haben, eine Konsolidierung gehabt haben und dann sind wir nach oben geschossen. Das Gleiche können wir jetzt auch hier sehen. Wir sind nach unten gegangen, haben den 50er-Wochen-Emer getroffen, hatten eine impulsive Bewegung nach oben, sind nach unten durchgebrochen, hatten eine Konsolidierung direkt beim 50er-Wochen-Emer, sind nach unten. Wir hatten diesmal keine Unterstützung gefunden beim 200er-Wochen-Emer, aber wir sind ein bisschen in diesem Bereich konsolidiert und sobald wir dann dieses Level nach oben durchbrochen haben, sind wir in einen Bullenmarkt eingetreten. Und Leute, jetzt ratet mal, auch jetzt können wir wieder etwas Ähnliches sehen. Wir sind nach unten auf dem 50er-Wochen-Emer gegangen, haben dort etwas Unterstützung gefunden, hatten eine impulsive Bewegung nach oben, sind nach unten durchgebrochen, haben eine Konsolidierung gestartet und jetzt, sagen wir mal, vielleicht nach ein paar Monaten der Konsolidierung können wir in eine nächste Phase des Kryptozyklus eintreten, also in eine bullische Phase. Auch der ASI und der MACD, die sehen jetzt ziemlich ähnlich aus, wenn man diese Fraktalen miteinander vergleicht. Deshalb definitiv eine Sache, die man mal im Auge behalten sollte. Eine weitere Sache, die wir jetzt on-chain sehen können, ist, dass wir momentan tatsächlich den niedrigsten Stand an kurzfristigen Haltern sehen. Das bedeutet, Leute, die Bitcoin seit weniger als sechs Monaten halten. Man kann sehen, dass wir jetzt auf jeden Fall einen Allzeittief bei 23,1% erreicht haben. Das vorige Allzeittief, das war im Jahr 2016 und zwar bei rund 23,7%. Wenn man das Ganze jetzt also interpretieren möchte, dann bedeutet das, dass Retail höchstwahrscheinlich mittlerweile aus dem Markt verschwunden ist und am Ende sind jetzt nur noch die Langzeitbesitzer da. Die Leute, die eben höchstwahrscheinlich nicht vorhaben, ihre Bitcoin-Bestände in nächster Zeit zu verkaufen und genau deshalb glaube ich auch, dass es für Bitcoin-Besitzer momentan eine, ja doch relativ begrenzte Downzeit gibt. Ich bin also der Meinung, dass wir entweder bereits den Boden erreicht haben oder dass wir noch eine Weile seitwärts gehen werden, aber dann zu guter Letzt doch unseren Boden irgendwo in der Nähe des jetzigen Bereiches finden werden und genau diese on-chain Daten bestärken mich einfach noch in dieser These. Außerdem, Leute, falls ihr traden möchtet, dann könnt ihr jetzt bis zu 4.500 Dollar als Trading-Bonus auf Femex bekommen, egal ob ihr schon angemeldet seid oder noch keine Konten habt. Und im Grunde genommen war es das auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lass bitte ein Like und ein Kommentar da, teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video.